DITER ANRUFEN! Jawohl? Tja, ja hallo Dieter, hier ist Sandra! Ja, wer ist denn da? Wo hast du eigentlich meine Nummern zu? Stimmt, woher hab ich eigentlich deine Nummer? Hey, was ist denn überhaupt, was willst du denn jetzt überhaupt von dir zu? Ja, ich will noch bei DSDS mitmachen hier! Danny, ich weiß ja gar nicht, ob du singen kannst! Du der Alemscheck! 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 Du der Alemscheck!